Und damit willkommen zurück zu The Evil Within. Hallöchen erstmal. Ja, wir sind hier. Wir haben in der letzten Folge Fifi getroffen. Ich muss dazu sagen, ich habe eine längere Aufnahmepause gehabt. Also ich spiele quasi jetzt zwei Tage bevor das letzte Video, also das was jetzt hier vorlief, rauskommt. Da spiele ich es jetzt zwei Tage vorher. Ein oder zwei Tage. Und wie gesagt, ich habe eine längere Aufnahmepause. Und wir haben Fifi getroffen in der letzten Folge. Ja, ich freue mich. Und ich musste ein bisschen in den Spielen. Ich habe, das Spiel hat mich dort abgesetzt gehabt, wo wir diese Rätsel mit den Hebel lösen mussten. Wo dann halt diese Leichensäcke nach unten fallen mussten auf die Platten. Und jetzt gehen wir mal weiter und schauen mal. Wir sind in der Nähe von der Kirche. Hörst du das auf? Okay. Und unser lieber Josef ist ein bisschen nervig. Nein! Nein! Warum bist du hässlich? Ach du Scheiße. Was soll ich denn machen? Was, was, was? Alter, nee, im Leben. Und wir haben... Ach, heute gönnen wir uns einfach mal eine Spritze. Ich hab doch gar nichts. Ich hab nichts. Aber heute gönnen wir uns eine Spritze. Wir haben drei. Ich gönne mir die mal. Aber der Köter kommt jetzt bestimmt. Der Fifi. Fifi. Nimm doch nicht die Lampe in die Hand. Meine Güte. Uah. Uah. Aua. 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 Wir stürmen. Ja, der Hund geht sterben. Ach, ich werd mal gucken. Können wir vielleicht ein paar Bolzen herstellen? Nein, können wir natürlich nicht. Aber wir können die Harpunenbolzen benutzen. Oh. Macht dem dann überhaupt Schaden? Ich weiß es gar nicht. Uah, Laufer. Uah. Au, 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 au. Okay, ich werd auch ne Spritze nehmen. Alter, damit hätte ich immer gar nicht gerechnet, dass ihr jetzt so schnell kommt. Ich muss auch... Ich muss ja erstmal mit... Ich muss mit der Steuerung erstmal reinkommen, weil, wie gesagt, eine längere Aufnahmenpause. Uah, wie soll ich denn da ausweichen? Alter, wie soll man denn da ausweichen? Das geht doch gar nicht. Uah. Oder musst du irgendwo gegenrennen. Kann das sein? Aua. Uah, gewick. Weg, 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 weg. So, jetzt hab ich nichts mehr. Jetzt hab ich das Einzige, was ich jetzt... Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch habe, wäre vielleicht der Revolver. Ja, gut, das Scharfschützengewehr. Ich werd mein Scharfschützengewehr auspacken. Nein, was machst du denn? Was, die... Oh, hier liegt was. Oh. Okay. Komm, Fifi. Komm, Fifi. Uah. Uah, das war knapp. Uah, das war knapp. Uah, das war knapp. Ich seh überhaupt nichts. Ja, gestorben. Ja. Ja, gestorben. Ja. Ja, ja, ja. Joseph. Noi. 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 Was ist? Ich hab meine Brille fallen lassen. Fuck. Nee, oder? Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt muss ich doch tatsächlich wegen dem Esel, weil wir ihn schon wieder aufheben mussten. Oh, hier liegt was. Da lacht doch grad was. Müssen wir den jetzt echt, seine dämliche Brille holen, den Joseph? Das gibt's doch gar nicht. Kannst du nicht besser auf deine Sachen aufpassen? Schau mal eben, was wir jetzt auch haben. Wir haben, oh, ein Frostbolzen, den werde ich ganz schnell mal einsetzen. Ich glaub, wir müssen ja nur die Brille holen. Ja, geh doch durch. Ja, geh doch durch. Hallo? Und Shotgun-Shills. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wo ist die Brille? Wo ist die Kackbrille? Da liegt die Kackbrille. Ja, 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 ja. Ich lenke es ab und du suchst sie. Na toll. Das sah ja echt geil aus, wie er da die Brille hin geworfen hat. Josefs Brille. Josef trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Nein. Also, das hätte ich jetzt nicht gewusst, wenn jetzt diese... Hallo, 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 lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein. Oh. Geh. Geh doch da durch. Geh doch da durch. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nichts sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Wo ist Item? Die Brille. Na, Fifi? Na, Fifi? Komm, spielen. Ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also manchmal, äh, der Josef, der ist schon ganz schön komisch. Also, ähm, so, wir haben auf jeden Fall ein paar Shotgun-Shells bekommen. Wir haben unseren... Scheiße, Josef, so ein Aufwand für eine Brille. Ja, genau. Wollte ich nämlich auch gerade sagen, so ein Scheißaufwand wegen so einer... fucking Brille, Mann. So, ich werde mal nochmal eben kurz hier ein bisschen umlegen, weil mir gefiel das nicht, dass ich oben... den Revolver hatte, äh, den, 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 das Scharfschützengewehr... so... So... Pah, wie cool. Nun, ja, äh, wir wissen auf jeden Fall, dass, ähm... ja, irgendwas wohl mit, 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 ähm, Sebastian gewesen ist, weil die hatten ja so eine kleine Unterhaltung, der Josef und der Basti. Okay, und da haben wir ja, dass wohl irgendwie was mit Unfall gewesen ist. Ich schließe mal jetzt daraus, ich, ich, äh, ähm, mach mal oder stelle jetzt mal eine Vermutung in den Raum, dass, weil, weil er hat ja geheiratet, wissen wir, und ein Kind bekommen, ja. Und ich vermute mal, vielleicht irgendwie Unfall, vielleicht hat er Frau und Kind verloren, hat deswegen seine Sorgen ertränkt. Kapitel 6, überlebt ihr, ja, geil. Ähm, und deswegen vermute ich mal, dass vielleicht der Unfall, das so gewesen ist, dass er vielleicht... Entschuldigung. Das ist vielleicht so gewesen ist, dass, äh, Basti dort seine, seine Sorgen quasi in, ähm, ähm, seine Sorgen quasi in Alkohol ertränkt hat und deswegen damit nicht mehr klarkommt und deswegen halt, äh, äh, ja, vielleicht diese Erinnerung hat oder diese, 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 äh, 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 schäbigen, geistesgestörten Sachen sieht. Und vielleicht ist er auch selber in der Anstalt, wir wissen es nicht. Und, und, er malt sich da halt was zurecht. Vielleicht hat er nie die Anstalt verlassen, wie wir da reingegangen sind. Wer weiß schon. Ui. 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 Das ist aber schick. Das ist übrigens die Statue vom Foto, glaube ich, oder? Ah, ne, die war drauf, so am Platz. So, ich werde da natürlich erst mal gründlich mich umsehen, bevor ich da irgendwo nach vorne gehe. Aber ich möchte natürlich hier nichts liegen lassen. So. Der Josef ist schon wieder am Husten. Der braucht, glaube ich, mal eine Pulmolde. Ne, ist, oh, streichwärts. Das kam aus der Nähe. Ach, ne. Das ist doch Kidman. Kidman mit unserem, äh, boah, wie heißt der nochmal? So, wir nehmen uns nochmal eine Spritze, äh, weil wir heute so großzügig sind. Hatten wir ja drei, jetzt haben wir gar keine mehr, aber wir sind gesundheitsmäßig ganz weit vorne. Das hört sich an, als ob das unter der Stadt, weil, ja, ich glaube schon. Kartenfragment, 13, juhu. Bisschen HG. Ähm. Aha. Okay. Ähm. Das ist auf jeden Fall da unten irgendwo. Ich, äh... Hey, Joseph. Geht's dir gut? Sebastian. Hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Was? Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang. Drang, eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich hab keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich hab Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann's auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist... ein Instinkt. Und er wird stärker. ... ... Warte. Das könnte... ... W-W-W-Was? Was? H-H-H-H? Hä? Hä? Ähm... Kapitel 7. Der Wächter. Äh... Okay, kommen wir nochmal zurück zu meiner Vermutung. Also wie gesagt, ich habe die Vermutung, dass... Ähm... Er glaube ich seine... Ja, Anschuldigung vielleicht sich selbst so ein bisschen in Alkohol ertränkt hat. Alter, ähm... Weil die vielleicht einen Unfall hatten. Jetzt stelle ich jetzt einfach mal in den Raum meine Vermutung oder meine Theorie. Ähm... Könnt ihr selber mal vermuten, was es sein könnte. Da liegt was, oder? Ja... ... Und ein Kontrollpunkt. Das heißt nie was Gutes, das weiß man ja. Aber wo sind wir denn jetzt auf einmal? Wir sind auf jeden Fall irgendwie wieder runtergefallen, weil der nette Ruvik... ...uns mal wieder... ...irgendwie verschlungen hat. Wow. Okay. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Ach ne. Sag bloß. Kann ich die Dings zertrümmern hier? Ja. Cool. Ohne Spritze. Geil. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Supergeil. So, dann schauen wir mal. Da ist auch wieder... Yay. Da war aber nichts drin. Ich finde das auch schön mit dem Schatten und alles so. Ein bisschen. Okay, bevor ich da lang gehe, gehe ich jetzt rüber, weil ich habe da was auf dem Tisch liegen sehen. Da komme ich aber nicht hin. Warum? Erstmal alles... Erstmal alles kaputt hauen. Ist... 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 Immer sehr... Von Vorteil, dass man erstmal alles kaputt haut. Sich erstmal auf mehr aufmerksam macht. Ja... Dass... Dass andere einen hören. Ist immer von Vorteil. Mach ich auch immer. Wenn ich irgendwo erstmal reinkomme, irgendwo... ...zu so einem Gespräch irgendwo im Büro, mache ich erstmal das ganze Büro kaputt. So... Ich glaube aber nicht, dass da was drin ist. Flex... Äh... Hallo. Lol. Weißt du, durch so einen engen Spalt kann Basti nicht gehen, natürlich. Na ja. So... Da ist auch nichts drin. Ah, okay. Wir müssen sowieso da rauf, glaube ich. Also vermute ich jetzt mal... Würde ich jetzt mal so... Ja, würde ich mal schätzen. Also... So... 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 ...Hg... Für unseren Friseurbesuch. Ohoh, 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 ohoh. Nein! Bomben ausweichen. Eh, eins schleichen. Du kannst dann Bomben vorbeischleichen, ohne sie auszulösen. Nein! Das gibt's doch jetzt nicht! Das ist mir noch nie passiert! Ich kann noch mal sehen, wie gut ich diesmal aufpasse. Hä, das gibt's doch nicht! Okay, wir müssen, glaube ich, da lang. Gut, dann werde ich mir in der Mitte nochmal den... Die Grabbelbox holen, ein wenig um unsere Bolzen wieder herzustellen. Das ist wahrscheinlich ein Opferaltar, so wie das aussieht. Weil diese Kerzen, oh, drei, nee, zwei, können wir damit eigentlich schon wieder einen Bolzen herstellen, weil wir haben ja gar nichts mehr. Ein Sprengbolzen wäre super. So, na toll, super. Wir konnten uns sprechen, Bolzen erstellen. Naja, immerhin. Besser wie gar nichts. So. Uh. Ich höre Zombies. Oder was auch immer, oder Patienten. Ich würde mal die Lampe ausmachen. Ist das, die Lampe ausmachen? Ist das der Fahrer, den wir mal da gelesen haben, an diesem Brett, dass der vermisst wird? Kann das sein? Okay, da liegt nichts. Nein, da liegt nichts. Ich werde jetzt mal in den Schleichmodus wechseln. Oder wisst ihr was? Wir heben uns das auf für eine weitere Folge. Sie will finden und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, morgen um 17 Uhr. Und da geht es hier spannend weiter und dann werden wir wahrscheinlich, ja, die Katakomben so ein bisschen der Kirche untersuchen. Also, macht's gut. Ciao. Ciao.